Willkommen zurück zu Gunslinger. Ja, es geht direkt gut los. Die lauern hier überall auf mich, die kleinen Schweine. Na komm raus. Wo seid ihr? Ich krieg euch alle. Hallo. Erst mal ganz genau hingucken und dann wieder zurück. Sehr schön. Au. Da brennt was. Ja. Da ist noch einer. Lade nach. Schneller. Als nächstes hole ich mir auf jeden Fall das Nachladen im Sprint. Wo ist der? Da ist noch einer. Da ist noch einer. Jetzt habe ich sie gesehen. Jetzt habe ich sie gesehen. Oh, weiter geht's. Oh, weiter geht's. Da ist noch einer. Der Mann mit dem goldenen Gun ist da. Der Mann mit dem goldenen Colt. Aha. Aha. Ist der schlecht. der Mann mit dem goldenen Gun. Ja. Oh, weiter geht's. Da ist der Mann mit dem goldenen Gun. Und dann rein. Da ist ja der Mann. Dann bin ich. Da ist er. Ich wusste, dass die Dalton-Boer da draußen sind. Sie stehen gegen jemanden, der sie gefährden würde. Wo seid ihr? Ihr seid hier irgendwo, ich weiß das. Okay, das hier sieht doch wieder aus wie ein Endpunkt, oder? Wie ein Finale. Ich ahne es doch. Speichert auch, die kleine Sau. Das interessiert mich jetzt auch. Ja, es fließt während der Flüge von 89. Nun, war es ein Stern-Wheeler oder ein Shad-Wheeler? Das macht wirklich eine Unterschiede, Steve? Es war ein Steam-Boat, mit einem verdammten Armee an Bord. Was ist das? Wer ist das? Und die Vigilante, die mich aufhörten, waren nicht irgendwo zu finden. Oh nein. Da ist irgendwo eine Gatling-Gun. Oh fuck. Gott, du bist Griechen! Das ist alles für dich. Noch einer? Oh nein. Aua! Das ist ein Schritt für mich. Oh nein. going. Er Oder gib' ihr einen Schein von meiner B***h! Äh? Verdammte Tat! Ah! 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 We're waiting for ya! Ah! Oh! We do not for this, do you hear me? You're not from behind there! It's you or me! What? I can't hear you! Wo ist die Gatling? Ah! Drei Vier Na komm! Ihr seid da doch jetzt rausgekommen! Whoa! Ich denke hier! Ja! Wää?! Täss Wää! 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 Wir brauchen eine Duss-Pad, um dich zu holen zu holen. Let's see what you got. Haha, this is gonna hurt. Meins. Gut, weiter. So weit, so gut, ne? Wie viel Munition hab ich eigentlich noch? Ah, genug. Okay, so defend. Das heißt, mir kann auch keiner eine böse Überraschung bringen. Äh, nein. Nein. So. Muss man ja auch sein, ne? Kann ja einfach sagen, ach nö, der schießt auf mich. Ich hör jetzt mal auf. Wo kommen wir denn dahin? Schade, dass man hier nicht... Hab ich auch gar nicht vor. Ich seh dich. Darf ich mal bei dir ihre Tickets sehen? Hm? Oh, oh. Das ist nicht gut. Er liegt hier völlig entspannt. Kann ich eigentlich die Gatlin benutzen? Die ist weg. Mist. ? Was ist weg? Ja, 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 ja. Fluch du nur. Ich komm dich holen, Junge. Ich komme. Ja, ja, ja. Ich habe schon erwähnt, dass ich diese Musik total mag. Cool ist das, ne? Das ist richtig cool hier. Das war ein Reflex. Sorry. Ich komme ja. Okay. Dann holen wir es uns mal, ne? Hauptsache du fällst mir nicht in den Rücken, mein Freund. Tief durchatmen. Wieso habe ich das geahnt? Die Daltons haben mich wie ein Fett. Das ist so tough, after all this. Wahrscheinlich, die Vigilantes waren auf ihrem verdammt Payroll. Sie wollten nicht nur mich schütten, sie wollten mich schütten. Aber zu finden, dass ich aus einem Labyrinth von Labyrinth ist, war ziemlich ein Herausforderer. Es war ein Riverboat, richtig? Ich meine, es war nicht so, wie es ein Oceainliner war. Oh, ja, aber ich war in einem Fett. Du hörst du über das Schiff, das eröffnet wird im nächsten Jahr? Der größte größte in der Welt. Um. Du sagst etwas über die Titanic. Wenn du mich fragst, dann ist es zu furchtbar. Ich glaube, es wird nicht so, wie es wird. Ich glaube, es wird nicht so, wie es wird. Du sagst, dass die Titanic nicht so, wie es ist. Oh, Gott. Aber wenn du wieder zurückkommst, wie warst du es, Herr Greene? Ich habe viel Blut in den Tag genommen, also habe ich das Gefühl, dass meine Erinnerung vielleicht ein bisschen schütten. Aber irgendwie, ich habe es geschafft, endlich zu schütten. Ich habe es zu furchtbar, Blut zu furchtbar. Ich habe es zu spüren. Heiß, 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 heiß. Oh, aua, aua, aua. Nein, wieso sterbe ich denn jetzt? Kurz vor Ende. Ach, wollt ihr mich denn verarschen? Ach, Leute. Oh, du bist aber Titanic. Oh, du bist aber Titanic. So, anyway. Don't be stupid, Steve. They know what they're doing. They say that the Titanic is unseen. Oh, God. But getting back to that steamboat, how'd you get off it, Mr. Greene? I took in a lot of smoke that day, so I admit, my recollection might be a bit easier. But somehow I managed to finally disembark. I was coughing up smoke and pretty pain and pissed. I was done playing games with those boys. It was time to settle this once and for all. Doch, es reicht. Es reicht. Ich würde mich noch freuen. Kommt mal alle schön her. So, wir machen das hier schön. Oh, du bist der Teamusted dementsprechend. Oh nein, auf das noch. Verdammt. Okay, der da hinten zieht schneller. Alles klar. Der da hinten zieht schneller. Die Maus reagiert dann sehr langsam in diesem Modus. 13 Jahre später, er verliebt in Kalifornien, er schloss Real Estate und lebte aus der Legende an diesem glücklichen Tag. Was? Und die tragische Tod seiner zwei Brüder. Meine eigenen Brüder sind auch tragisch, die Wahrheit zu sagen. The White Bunch, Episode 7. It was 1868 and me and my older brothers were pulling a tidy profit, running cattle into Juarez, Mexico. One night after my brothers retired for the evening, I found a little poker game in a cantina with a couple of cowboys. And I just couldn't lose. I even won an old spanish coin that had to be a hundred years old. Well, I was mighty pleased with myself the next morning as my brothers and I rode for Texas. But before we cross the border, those cowboys caught up with them. War ja klar. It was Johnny Ringo, Roscoe Bob Bryant and another asshole named Jim. They wanted their money back and everything else we had, including our lives. As those boys didn't want us coming for them later. Bob put that old spanish coin in my mouth and said, I won't have it said that I left you with nothing, boy. Well, those horses bolted and there we hung as those bastards rode away. The branch finally snapped under the weight of the three of us. But being my older brothers were bigger and heavier, they were already dead. And right then I swore to myself that I would avenge them. Ringo, you know about, but Bob eluded me until I heard he was riding with the Wild Bunch. Okay. Du Wild Bunch, das sagt mir doch auch was. Na klar. Kein so großer Eisenbahnraub. Hmm, Butch Cassidy and Son and Skid. Alles klar, warte. Irgendwas wollte ich noch machen und zwar das hier. Ein Fokus wie das hätte mich aufgeladen können. Außerdem, ich wollte Bryant alles für mich selbst. Ich habe gehört, dass ein großer Schiff von Gold, die in Wilcox, Wyoming, auf der Overland Flyer transportiert wurde. Ich habe gedacht, die Wild Bunch würde sicherlich so ein Schiff holen. Und Gott, ich habe es richtig gemacht. Eisenbahnraub zu verhindern. In der nächsten Folge von Ganslinger. Bis dahin.